Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den holländischen Premium Zerstörer auf Stufe 7, die Deseve Provinzie am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen. Wir haben hier auf jeden Fall eine komplett neue Spielmechanik. Die Luftschläge, die wir mit diesem Schiff nutzen, das werden wir natürlich auch zum allerersten mal im Gefecht sehen, wie das Ganze funktioniert. Und wir schauen uns natürlich alles genau an, welche Module ich nutze, welche Verbrauchsmaterialien wir haben. Dann gucken wir uns die Werte an, vergleichen diese mit anderen Kreuzern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch mal direkt mit den Modulen an. Dort nutze ich als erstes Flakgeschütze Mod 2, um die Reichweite der Flugabwehr zu verbessern. Alternativ könnte man aber auch überlegen, das Zielsystem Mod 1 für etwas mehr Genauigkeiten zu nehmen. Aber das Schiff hat auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Flugabwehr, was den Schaden angeht. Daher verbessern wir hier etwas die Reichweite. Als zweites Antriebsmod 2, um schneller beschleunigen zu können. Als drittes Tarnsystem Mod 1 für einen besseren Tarnwert. Und zu guter Letzt nutze ich noch das legendäre Hopp-Batterie Mod 3, um die Ladezeit der Hopp-Geschütze etwas zu senken. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites den Motorboost mit 2 Aufladungen, welcher die Höchstgeschwindigkeit um 8% verbessert. Als drittes das defensive Flakfeuer mit 2 Aufladungen. Und zu guter Letzt noch die Reparaturmannschaft mit 3 Aufladungen, welche über 28 Sekunden je 168 Trefferpunkte wiederherstellen kann. Das wären ca. 4.700 Trefferpunkte pro Aufladung. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Kreuzern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 45 Punkte. Trefferpunkte 33.800. Was doch eher ein schlechterer Wert ist auf der Stufe. Panzerung 13 bis 100 Millimeter. Schauen wir uns dort auch schnell die Panzerungsgruppen an. Wir haben hier 25 Millimeter Bugpanzerung, 16 Millimeter Aufbauten, was die Panzerung angeht. Allgemein auf jeden Fall eher ein relativ weiches Schiff. Also gerade wenn man dort von der AP auf der Breitseite oder allgemein von Schlachtschiffen mit der AP beschossen wird, dann tut es auf jeden Fall richtig weh. Und wir haben wie gesagt nicht wirklich viele Trefferpunkte. Also eine gute Positionierung ist auf jeden Fall wichtig, um dort länger am Leben zu bleiben. Hier auf jeden Fall nochmal die Zitadelle auf Wasserlinie. Relativ lang auf jeden Fall. Also da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Und die Torpedoschadensverringerung ist 19%, was auf jeden Fall ein guter Wert ist. Wir haben bei diesem Schiff ja die Möglichkeit Luftschläge zu machen. Dementsprechend haben wir natürlich hier auch Flugzeuge. Und dort haben wir 87 Punkte. Diese haben 2000 Trefferpunkte, eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Knoten. Größe der Angriffsgruppe 6. Flugzeuge je Staffel auch 6. Erkennbarkeitsreichweite sind 9 Kilometer. Staffelwartungszeit 65 Sekunden. Der Bombenhöchstschaden liegt bei 5.800 mit einer 33%igen Brandwahrscheinlichkeit. Bei der Artillerie haben wir 43 Punkte. Und dort haben wir bei der Hauptbatterie 4x252 Millimeter Geschütze. Mit einer Reichweite von 15,6 Kilometern. Was relativ im Durchschnitt liegt von der Reichweite her. Einer Ladezeit von 6,5 Sekunden. Was auf jeden Fall eine sehr gute Nachladezeit ist. Das dauert für die 180 Grad Drehung 22,5 Sekunden. Was etwas besser ist als der Durchschnitt. Und die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 2.150 mit einer 11%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der AP-Granaten-Höchstschaden liegt bei 3.000. Damit haben wir einen relativ durchschnittlichen HE-Schaden pro Minute. Und auch einen relativ durchschnittlichen Feuerstarter. Allerdings der AP-Schaden pro Minute auf jeden Fall. Doch eher unterdurchschnittlich. Allgemein mit dem kleinen Kaliber ist die HE meistens wahrscheinlich die richtige Wahl. Bei der Flugabwehr haben wir 90 Punkte. Und dort haben wir 8x41 Millimeter Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 218 und einer Reichweite von 3,5 Kilometern. Dann noch 4x2,57 Millimeter Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 201 und einer Reichweite von 4 Kilometern. Und zu guter Letzt noch 4x252 Millimeter Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 67 und einer Reichweite von 6 Kilometern. Und damit haben wir auf jeden Fall eine richtig, richtig starke Flugabwehr auf der Stufe. Speziell was den mittleren Schaden pro Sekunde angeht. Das ist auf jeden Fall einiges. Die Reichweite ist aber doch von der meisten Flugabwehr hier bei 4 Kilometer oder weniger. Dementsprechend nicht das allerbeste, aber trotzdem sehr, sehr stark. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 60 Punkte. Höchstgeschwindigkeit 32 Knoten. Was doch eher etwas langsamer ist. Zumindest als der Durchschnitt für die Stufe. Wendekreisradius 730 Meter. Was etwas besser ist als der Durchschnitt. Und die Ruderstellzeit mit 9,1 Sekunden. Genau im Durchschnitt. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 61 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser 11,5 Kilometer. Was auf jeden Fall ein richtig starker Wert ist. Erkennbarkeit zur Luft 6,9 Kilometer. Was auf jeden Fall auch ein richtig starker Wert ist. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel 5,4 Kilometer. Was auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Wert ist. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Karel Dormann. Dort haben wir keine weitere aktuelle Option, die wir nutzen können. Von daher muss man auf jeden Fall diesen Kapitän nutzen. Mit der Basisfähigkeit um jeden Preis. Hier kann man auf jeden Fall nochmal ein bisschen den Schaden gegen Kreuzer und Zerstörer. Und die Gruppierung verbessern. Was natürlich sehr, sehr geil ist. Und geskillt habe ich einmal Loderne Flammen, um die Brandwahrscheinlichkeit etwas zu verbessern. Alternativ aber auch die Flugverbotszone sicherlich interessant, um die Flugabwehr noch besser zu machen. Als zweites Prüfner Blick, um den Tarnwert etwas besser zu machen, ist glaube ich nie verkehrt. Als drittes nutze ich Schwamm, um etwas weniger Schaden zu erleiden. In der vierten Reihe nutze ich mal den einzigartigen Skill von diesem Kapitän. Dieser hört sich auf jeden Fall relativ interessant an. Dort ist das nämlich so, dass verursachte Treffer von unserem Kreuzer, egal von der Hopp-Batterie oder Torpedos oder von den Bomben, den nachfolgenden Schaden quasi zum selben Schiff erhöht. Bis eine Höchstmenge von 50%. Von daher schauen wir uns mal das Ganze an. Könnte auf jeden Fall ein bisschen uns dabei helfen, mehr Schaden zu machen. Als legendären Skill nutze ich vollständig verpackt, um hier weitere Verbrauchsmaterialien dazu zu bekommen. Ist natürlich nie verkehrt. Alternativ könnte man natürlich auch die Luftunterstützung vielleicht nochmal nutzen, um den Luftschlag von der Ladezeit her besser zu machen. Allerdings, denke ich mal, in den meisten Runden ist eine weitere Heilung auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Und bei den Inspirationen nutze ich den Nikolai Kuznetsov, um die Reichweite der Hauptgeschütze etwas zu verbessern. Und den Francesco Mimbelli, um die Ladezeit zu verbessern. Hier könnte man aber auch durchaus überlegen, vielleicht ein bisschen mehr noch in die Flugabwehr reinzustecken. Wie ich bereits erwähnt habe, die Flugabwehr ist nämlich wirklich sehr, sehr stark. Aber wir bleiben mal bei dieser Skillung. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Zuflucht im Herrschaftsmodus. Mit dabei haben wir den Bravo in der Oesterjütland und den Skillforger in der Lafudre. Zwei Zerstörer pro Team, drei Kreuzer, drei Schlachtschiffe und ein Flugzeugträger. Aktuell wird man natürlich durch die Änderungen bei den Flugzeugträgern sehr viele Flugzeugträger in den Runden haben. Ob das permanent so bleiben wird, wird man sehen. Aber da sind wir mit diesem Schiff ja nicht schlecht aufgehoben. Wir haben einfach eine unfassbar starke Flugabwehr. Auf der Stufe, von daher stört mich das jetzt nicht besonders. Ich würde sagen, wir fahren auf jeden Fall Richtung B, beziehungsweise die B-Seite, B-Flanke. Wir trennen uns hier ein bisschen von unserer Division. Schließland haben wir hier auf unserer Seite. Zwei Jäger im Gegnerteam. Sehr, sehr nervig, speziell, weil wir haben natürlich einiges hier an Verbraucherschutz. Ausmaterialien nutzen jetzt hier auch mal unser defensives Flakfeuer sofort. Da kommen die ersten Flugzeuge. Und ja, drei Flugzeuge abgeschossen. Mehr war nicht mehr übrig. Wir mussten diesmal nicht so große Angst wie zuvor haben. Die Mechanik wurde ja geändert, dass man, wenn man vom Flugzeug aufgeklärt ist, nicht von den anderen Spielern gesehen wird. Und dementsprechend konnte uns eben gerade nur der Flugzeugträger sehen und nicht die Schlachtschiffe, die dort lauern. Dauert sicherlich eine Zeit, bis man sich dran gewöhnt. Da ist auf jeden Fall schon mal die eine Jäger auf unserer Seite. Heute aber in den Frieslanden eigentlich keine Probleme haben, gegen anzukommen. Hier schon mal der Luftangriff. Könnten wir jetzt hier quasi innerhalb von zwölf Kilometern, zwölf Kilometer ist die maximale Reichweite, die man nutzen kann, rauswerfen. Können wir jetzt hier vielleicht mal gegen die New Orleans nutzen. Schauen wir mal. Bremster. Sieht nicht so aus. Mal gucken. Und auf jeden Fall mal unseren Luftangriff raus. Das ist relativ ungewohnt für den Anfang. Ich muss mich hier auf jeden Fall auch erstmal zurechtfinden. Leider hat die New Orleans, wie es aussieht, abgebremst. Wodurch unser Angriff vorbei geht. Allgemein kann man diesen Luftangriffen auf jeden Fall ausweichen. Man sieht diese früh genug. Wenn man natürlich stationär ist oder so, dann wird man natürlich trotzdem davon kassieren. Leider haben wir hier nicht unbedingt die meiste Aufklärung, bis auf die New Orleans. Aber da ist ja auch irgendwo noch ein Schlachtschiff. Von daher fahren wir hier mal ein Stück vor. New Orleans kann sich auch nicht wirklich entscheiden, ob er vorwärts, rückwärts fährt. Ja, glaube ich, Verschwendung dort auf den Luftangriff zu nutzen. Sind auf jeden Fall jetzt hier von der Jäger aufgeklärt. Das ist natürlich ungünstig, gerade wo wir jetzt vorfahren. Und wir links zwei Schlachtschiffe haben. Da ist auch die Richelieu schon, die in unsere Richtung schaut. Wir schaffen es hier wahrscheinlich nicht ganz hinter die Insel, bis er schießen kann. So ist es leider auch. Es passieren hier leider auch direkt eine Zitadelle. Die Iowa hat auch geschossen. Nutzen hier mal den Luftangriff. Allerdings habe ich den, glaube ich, verzogen. Im letzten Moment, wo ich den abgefeuert habe, habe ich nochmal nach unten mit den Sticken gewackelt. Versuchen jetzt hier nochmal, blind einen hinterher zu hauen. Leider können wir auch nicht mit unseren eigenen Flugzeugen die Aufklärung machen. Okay, der Luftangriff blind ging auf jeden Fall vorbei. Wir haben aber bis zu drei Aufladungen. Und die sollte jetzt, glaube ich, auch relativ gut treffen. Eigentlich auch Flugzeugträger schon rausgegangen. Sind hier auf jeden Fall nicht unbedingt in der besten Position. Diesmal haben wir auch mit unserem Luftangriff 7500 gemacht. Das war ordentlich plus einen Brand. Aber wir müssen uns auf jeden Fall fürs Erste hier aus dem Staub machen, würde ich sagen. Sind hier leider wieder von der Jäger kurz aufgeklärt. Leider lässt unsere Friesland die Jäger doch machen dort, was ein bisschen schade ist. Okay, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht den Luftangriff auf die New Orleans nochmal raushauen. Die hatte ja nicht mehr viele Trefferpunkte. Bisschen schade, dass der feindliche Flugzeugträger draußen ist, weil, wie ich bereits gesagt habe, die Flugabwehr ist wirklich fantastisch bei diesem Schiff. Und wenn dort ein Flugzeugträger kommt, dann schießt man natürlich einiges ab. Und Flugzeuge bringen natürlich auch gute Erfahrung. Ist auf jeden Fall hier ein relativ knappes Gefecht. Gegner-Team aktuell leicht im Vorteil. Auf dieser Seite, nachdem die Friesland raus ist, müssen wir uns leider erstmal zurückziehen. Unsere Veneto stand hier leider relativ stationär die ganze Zeit auf einem Fleck. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er mit uns eben auch ein bisschen vorgefahren wäre. Aber jetzt, nachdem wir den Zerstörer verloren haben, ist es natürlich ein bisschen spät. Versuchen wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen Deckung zu holen. Und die Richelieu pusht nach vorne. Sollte dort gerade so in die Reichweite reinfahren, von den 12 Kilometern her. Deswegen hauen wir hier mal unseren Luftangriff raus. Und treffen hier auch 7 Treffer. Und 13.000 Schaden gemacht mit dem Abwurf. Plus einem Brand. Das ist natürlich schon ekelhaft. Speziell Schlachtschiffe sind dort natürlich ein leichtes Ziel. Die nach vorne fahren. Wie gesagt, wenn man außerhalb von 12 Kilometern bleibt von diesem Schiff, hat man halt nicht die Reichweite, was die Luftschläge angeht. Aber innerhalb von 12 Kilometern muss man dort auf jeden Fall aufpassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich bin aktuell noch relativ schlecht mit dem Zielen. Nach einigen Tagen oder Wochen, wenn Spieler diese Schiffe hier öfter gespielt haben und die Mechanik. Dann wird man dort sicherlich auch ein besseres Gefühl fürs Vorhalten bekommen. Und es dann noch leichter haben zu treffen. Und speziell wenn man es natürlich schafft, die Luftschläge mit der Hoppbewaffnung etwas zu kombinieren. Richelieu leider hier eingedreht. Daher ein bisschen zu weit nach hinten gezielt. Dann wird es noch unangenehmer. Weil die Angriffe auf jeden Fall noch konstanter treffen werden. So, wäre natürlich schön, wenn wir die Richelieu jetzt hier rausbekommen könnten. Wir konnten jetzt wieder ein bisschen die Runde drehen. Verlieren jetzt hier aber unsere Veneto. Ich weiß gerade nicht. Eben wo wir dann vorbeigefahren sind, hatte die Veneto noch volles Leben. Wo er jetzt so viel Schaden von kassiert hat. Vermutlich eine volle Breitseite von der Richelieu. Und Iowa bekommen. So, versuchen jetzt hier nochmal ein bisschen die Inselkante zu nutzen. Da ist die Asuma. Man wird auf jeden Fall merken, dass die Aufklärung deutlich weniger ist, die man aktiv sieht. Durch die Flugzeugträger-Aufklärungsänderung. Was natürlich schon eine positive Sache ist, muss man so sagen. Ich finde es aber trotzdem ein bisschen irritierend teilweise. Ah, was macht die Asuma rückwärts fahren? Ja, fährt hier rückwärts. Ah, gibt aber glaube ich... Ja, jetzt gibt er wieder Vollgas. Wodurch er auf jeden Fall den Abwurf ausweichen kann. Also die Asuma hat man glaube ich gut gesehen, hatte dort schon die nötige Reaktionszeit, nachdem er gesehen hat, dass ein Luftangriff kam. Um dort dann nochmal vielleicht von rückwärts auf vorwärts zu ändern. Um dort auszuweichen. Aber wir haben natürlich auch noch unsere Hop-Bewaffnung, die wir hier nutzen können. Ansonsten auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Die neue Luftschlag-Mechanik. Wir konnten hier nochmal einen Brand machen. Müssen hier ein Stück zurückfahren, dass wir noch über die Insel rüberkommen. Und die Massa hilft uns dabei und nimmt die Asuma raus. Bringt uns wieder ein Schiff in Führung. Ihr seht auf der Minimap, die Richelieu ist die ganze Zeit durch Flugzeuge aufgeklärt. Aber wir können diese halt nicht sehen. Durch die neue Flugzeugträgeränderung. Jetzt können wir die Richelieu endlich sehen. Und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, hier nochmal unseren Luftschlag zu nutzen. Oder Luftangriff, wie man es auch nennen möchte. Hop-Bewaffnung leider ein bisschen schwach. Aber konnten hier nochmal mit dem Luftschlag treffen und haben auch eine weitere Aufladung direkt am Start. Irgendwo rechts muss der Zerstörer sein. Da kamen auf jeden Fall ein paar Torpedos. Und wir konnten jetzt hier auch mit unserem nächsten Luftangriff die Richelieu rausnehmen. Sind auch zugegangen. Das heißt, der Zerstörer muss irgendwo wieder hinter einer Insel sein. Oh, ah, da kommen auch noch Torpedos. Und das sind natürlich Jäger-Torpedos. Ich versuche mal. Ah, okay. Leider haben wir hier die schönen Jäger-Torpedos mitgenommen. Habe ich irgendwie nicht mehr ganz mitgerechnet, dass die Jäger-Torpedos noch kamen. Weil er mittlerweile ja irgendwo hinter einer Insel weggefahren war. Wir waren zugewesen und dann kamen doch relativ überraschend die Torpedos und haben uns hier ausgenommen. Bisschen bitter. Allerdings, nachdem die Richelieu jetzt draußen ist, sollte die Runde hier auf jeden Fall schon Richtung Sieg laufen. Nur noch ein feindliches Schlachtschiff am Leben. Und die Jäger, die dort gerade abhaut. Und der Bravo-Foxtrot kann sich jetzt hier wahrscheinlich auch den B-Punkt gleich noch holen. Da hinten schießt die Jäger. Ist einmal komplett rumgefahren. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass er so schnell schon so weit kommt. Wenn ich ehrlich bin. Aber macht in der Runde natürlich auch keinen großen Unterschied mehr. Auch wenn wir jetzt hier leider unsere Massa verlieren. Punktemäßig sieht es gut aus. Und ich finde da positiver Dinge, dass der Bravo es schafft, die Jäger dort im 1 gegen 1 rauszunehmen. Und der Flugzeugträger sollte dort auch relativ problemlos die Iowa noch rausbekommen. Von daher sollte die Runde durch sein. Auf jeden Fall interessantes Konzept. Sicher sehr, sehr nervig gegen diese Luftangriffe zu spielen. Gerade wenn man natürlich so viele andere Sachen noch auf dem Schirm hat. Dann wird man von der Hop-Bewaffnung irgendwo beschossen. Dann kommen Torpedos von rechts. Dann kommt der Flugzeugträger irgendwie von hinten angeflogen. Und dann kommen noch diese Luftangriffe obendrauf. Wenn man dort hart gefokust wird, dann weiß man glaube ich nicht so wirklich was einem geschieht. Definitiv. Und das wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen schlimmer werden. Sicherlich mit etwas mehr Übung hätten wir hier mehr als 20 Treffer landen können in der Runde. Und dementsprechend noch mehr Schaden oder zumindest schneller die Gegner rausnehmen können. Allgemein wird man nicht unbedingt unfassbar viel Schaden machen mit diesen Schiffen in den meisten Runden. Gerade weil wenn man natürlich den Luftschlag nutzt, ist man halt da auch ein bisschen im Fokus. Dann muss man immer aufpassen, dass sein Schiff richtig positioniert ist. Aber die Runde ist auf jeden Fall gewonnen. Sehr geil. 120.000 Schaden wurden es am Ende. Mit 128 Hop-Batterietreffern. Ein Schiff aufgeklärt. 20 Treffer mit unseren Bomben. Drei Schiffe abgeschlossen. Bisschen schade wirklich, dass der feindliche Flugzeugträger so früh raus ist. Dort hätten wir sicherlich nochmal einiges an Flugzeugen auch abschießen können, wenn dieser länger überlebt hat. Aber der ist glaube ich einfach in unser Team reingefahren und ganz früh gestorben. Ein Kegel gemacht in der Runde. Acht Brände. Brandstifter. Und dann gab es noch das Großkaliber. Bauen uns auch schnell das Teamergebnis an. Schöne Runde hier auf jeden Fall auch von Bravo in der Österreich-Land. Aber auch unsere Massa dort eine gute Runde gespielt im Gegnerteam. Die Jäger dort. Bester Gegner. Hat uns dort auch gut mit den Torpedos erwischt. Hat zum Glück keinen Unterschied gemacht. Aber man merkt natürlich, dass nicht vorhandene Sonar oder halt auch ein Radar, was viele Schiffe auf der Stufe haben, kann auf jeden Fall definitiv in einigen Situationen ein großer Nachteil sein. Werfen nochmal einen Blick auf den Wirtschaftszweig. Haben in der Runde fast eine halbe Million Kreditpunkte Profit gemacht mit dem selbenen Booster. Und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung der De Silve Provincie gewesen sein. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Schiff mit einer komplett neuen Mechanik. Da wird es wahrscheinlich in Zukunft natürlich auch weitere Schiffe geben von den Holländern, die wahrscheinlich die gleiche Mechanik mitbringen. Wird bestimmt auch einen Forschungsbaum früher oder später kommen. Aber ja, auf jeden Fall relativ nettes Gimmick und kann auf jeden Fall auch wirklich, wirklich gut Schaden machen. Gerade natürlich gegen Schiffe, die irgendwie hinter einer Insel stehen oder so, ist es natürlich schon sehr, sehr stark, um diese rauszulocken. Oder alternativ kassieren diese natürlich einiges an Schaden. Ich habe insgesamt 10 Gefechte bislang mit dem Schiff gespielt. Und es ist einfach nicht unbedingt ein Schiff, wo man sehr, sehr hohe Schadenszahlen in der Regel sehen wird. Man wird mal ein bisschen Glück haben und dort auch wirklich richtig starke Runden, was den Schaden angeht. Aber in der Regel wird man dort immer so zwischen 80.000, 90.000, wo wir hier auch im Schnitt circa sind. Ich bin hier bei 86.000 auf 10 Gefechte. Da wird man sich, glaube ich, relativ einpendeln, wenn man soweit relativ ordentliche Runden hat. Aber speziell gerade mit den sehr vielen Flugzeugträgern, die man antrifft, ist es auf jeden Fall schon relativ leicht, dort eine sehr, sehr hohe durchschnittliche Erfahrung zu holen. Wir sind hier bei 2.577 auf 10 Gefechte. Das ist natürlich schon richtig, richtig stark. Von der EP her war die Runde, die wir im Video gezeigt haben. Also sogar eher eine Runde, die etwas unterdurchschnittlich war im Vergleich zu den 10 Gefechten, die ich hatte. Wobei vom Schaden her natürlich 120.000 in den 10 Runden aktuell mein bestes Ergebnis waren. Da geht aber sicherlich noch ordentlich mehr. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.